Er kroch, wie wie jo. Er kroch, bei ihr wieder. Die kroch, an ihr wieder. Lorenz, komm ne, das ist gar ein Kroch, eben schlägt. Nee, die ist drei, komm ne. Moin, Dau, ich dau betal nur eine Runde. Ja, Pizzo, was du tritt, was du hörst. Moin, Christa Pöck, sind du okay? Hallo, Ulla, mein Schäfchen, Kontralmarkt schon zu? Hi, Lars, war dein Gegner, mein Leone? Götzscher Lotte, ein Miane, waren wir ein Bild von dir ewig am Morgen. Tag, Jens, fertig mit Melken? Ja, Holsteiner, Herr Lengen wird fair. So, der Nummer ist acht und fertig, acht und fertig. Oh, Pott! Lorenz, wer die Zahlen zieht, darf nicht mitspielen. Lorenz, behör ich doch, Bill Meme. Hanna Ulrich, wunden fünf Beipülser und Gaukord. So, liebe Lüte, nun kommen wir zu dem Höhepunkt von unserem Lotto-Arm. Wie diese Runde kann man bloß mit einem Vollkord gewinnen. Hü, das ist unser Hauptpris ein Ögemeldet von Charlotte Lund Greckersen, was für ein Schur von Kopenhagen hierhernt, wo uns eine Widerkruftdrucken ist. Das Bild hielt Sorte Solen um natten. Tak, Greta. Kontrasten mellem den Sorte farver til natten, also overgangen fra lys til evighed. Wie liefst du denn in Esterbien, Herr? Ja, der nächste Nummer S, 23. Hvad hat er det, 23? Siste år, wunderschöne, so ein Pettipy, Piat. Er ist kein Gönschel von Kröllefrisur. Schöne du die Bütel? Rüste, pause. So, und nun kommen wir doch der letzte Teil in den Bütel. Doa schallt auf sich am Ungewinner bis hin. Hier kommt der Teil, der Pfofte ein. Pfofte ein, ihr seht. Lortz, mäusen wat oasen. Lortz, mäusen, wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne. Lortz, mäusen, wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne. Spiret, wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne. Sirena, kおっ ways Hao.